Let's fly, oder was? Let's fly, genau. Let's fly mal runter. Und ich habe mir letztens auch wieder das mit Christoph angeguckt, wo er die Friendship gerne benutzt hat. Christoph? Ja. Wie lange ist das denn her? Das war ziemlich lange. Aber ich habe das in dem Highlight-Video drin. Ah, hast du das schon oben? Nee, ich habe eine Vorab-Version oben, aber ich werde die. Achso. Ich werde eine neue, also nicht neue, aber ich werde die. Ich habe hier irgendwie unsichtbare Wände auf der Merle. Was? Oh, das ist nicht gut. Ich kann hier nämlich nicht runter. Okay, das könnte allerdings auch gut sein. Ich kann durch den Boden gucken, da wo ihr drauflauft. Was? Ah, ja, 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 direkt wahrscheinlich oben an der Kante vom Regal. Ja. Nee, die Kante sehe ich, aber der ganze Boden fehlt. Und irgendjemand ist gerade gestorben. Okay, wer ist das? Felix ist es. Der war gerade im Traitor-Shop. Wie komme ich denn jetzt hier raus, wo ich bin? Das ist doch schön. Wer ist das tot? Felix, wenn du hier bleibst, ich mache dich weg. Oh, das ist wirklich nicht. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass Felix gerade im Traitor-Shop war. Oh. Ja, gut. Felix, du hast mich gekillt, oder? Mhm. Joel, du hast es gar nicht gesehen. Du warst doch genau bei uns. Ja, nein. Ich war gerade erst hochgekommen. Ach so. Ich habe nur jemanden sterben hören und dann dachte ich so, ja, Felix hat sich auch gerade im Gang gestellt. Der war 100 pro im Traitor-Shop. Geh raus, dann liegt da die Leiche. Ja, gut. Dorian kriegt einfach gar nichts mit. Das war halt auch so geil. Ich hätte hier einfach mal mit einer Disco kämen sollen, ey. Ja, oder Crowbar. Ja, war ich am Überlegen, aber. Das hat ja zu lang gedauert. Das ist bei mir mein erster Gedanke. Das hätte ich auch damals bei Felix gemacht. Wir brauchen nie mal wieder so einen Mexican Stand-Up wie beim letzten Mal. Oh, 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 oh. Und die Granaten mit Disco sind cool. Oh, oh. So, soll ich mal das machen, Chris? Okay. In Ocean Disco. ganz langsam runter so jetzt wächst man wieder zu einer waffe damit du nicht also ich habe gerade was nicht schießen ich mach gerade aus dem handy was ist mit der kevin was ist gerade los das war glas okay mit der hellen stimme ist glas glockner glas glockner ist er mit der hellen stimme an wer war rock shell rock shell ist ja okay ich habe halt am anfang gerade habe ich gar keinen mehr und schon ist der trader ja immer ich kann das ist eigentlich schon standard und rock shell glaube ich aber christ und ich habe weil die haben sich die nämlich gerade zusammen gesagt nicht auf mich schießen ich bin gerade am handy und das lässt darauf schließen dass die ich habe erstmal noch eine schöne super disco und dann bleibt auch noch im inventar hängen richtig gelaufen die runde ja sowieso alle geholt angeschossen hatte das war schon wieder richtig gut kristen weg es bleibt während er labert er vor allem glaube ich neben ihr habt am handy hätten gerade noch von hinten halt weggeholt mit engels mit thomas der stand da so schön so erkannte und dann auch dorian in der schublade weg es bleibt ich habe gedacht hier oben ein trögeres ist Herr warum bin ich es jetzt warum bin ich es jetzt weil du traiter bist ach das ist so ach das ist so ach das ist so ach das kann auch nicht geschossen das hat die defa departments oh nein ich falle ah wummel bist bist du tot ja ahahah okay Chris disco nein mach nicht mal er ist hier ähm zwischen wand und straße hier oh Gott so was und sogar noch Ferreter ja toll oh also wer war der zweite ich war auf dem regal und ich habe ihn einfach mal und ich sag halt noch so jahre kam aber nicht schmeißt ja ja das macht gerne ja das ist wieder jordan ja ich will ja weg habe ich hier schon wieder eine unsichtbare wand ich sehe noch wie seine granate in dem schacht reinrollt sie sind hier mit zu versammelt hier ja das denke ich mir auch ja wer ist es denn jetzt feldmann felix ja natürlich ich würde erst mal felix nehmen also ich komme nicht hoch wahrscheinlich ist es dorian einfach mal selbst ich war es wieso ich überlebt noch eigentlich das ist ja dass du traiter wärst ein laufen so gefährlich zusammen wer hat felix 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 7 8 8 8 8 9 10 10 8 9 10 10 10 10 10 9 11 12 10 11 12 11 12 12 13 Ich dachte halt, irgendwie, dass du nicht weißt, dass ich da oben bin und wollte dich mit dem Lichtschwert nach oben ziehen, ey. Das wär cool gewesen, ey. Thomas, hab ich gekriss, ey. Kannst du da auch gucken? Und durchgucken? Oh, lol. Bam. Und dann war es so, man wanted it, ey. Ja. Bum. Na, fick doch ein Thomas, ey. Ja, aber ich den nicht mehr eingesetzt habe. Ja, ich meine halt auch nicht, weil Felix dann ein bisschen zu weit weg war. Ja, ey, du auch nicht. Das war so geil. Guck mal, hör durch den Fenster. Bam. Ey, Chris hat mich angeschossen. Hab ich gar nicht. Ich glaube, ich muss dir irgendwie erklärt, dass wir zu zweit in einer Leiche standen. Ich wollte auch gerade raufschießen und plötzlich rotzt sich Jordan weg. Ey, so mies, ey. Voll der... Ey. Okay. Wer ist Roller gefangen? Ich glaube... Oh, Alter. Noch ein Discombo. Alter, wer schmeißt mir die ganzen Discombo? Ja, irgendwo... Oh. Und hier ist einer runtergefallen, das habe ich... Äh, Felix Klee, weg, 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 ich habe Angst. Ich habe... Ich habe den Discom nicht. Ja, hier sind noch... Sie sind zu viele rum. Chris ist mir wieder runtergefallen. Ah, oh, lol. Scheiße. Alter, aber die Discom war ja gerade richtig... Alter, Jordan, deine Discombo, ey. Die hat mich auch getötet. Ja. Alter, Alter. Alter, Alter. Nein, aber die Discom war ja gerade richtig... Ja, nee, nee. Alter, Alter. Untertitelung des ZDF, 2020